In der Nachkunft Berlins ist er bekannt, in der Kabine ist er dafür bekannt. Mal schauen, ob er es euch zeigt. Maurice Trapp! Mal gucken, wie mein Polentanz. David Blöcker! Jetzt, wie versprochen, die Dance-Machine in Person. Felix Agu! Alex, am Mannschaftsabend konntest du dich drücken vor dem Singen. Vor dem Tanzen nicht. Zeig mal, was du drauf hast! Und jetzt, unser Torschütze Männer 33, Benjamin! Ja! So, das war jetzt erst mal die Mannschaft. Da war's! Also, es wird Jäuleisch! Vielen Dank.